Die V-Bank AG ist 2020 die beste Depotbank Deutschlands. Das hat eine Umfrage des Fachmagazins Private Banker unter 53 Vermögensverwaltern ergeben. Fragen dazu jetzt an Florian Grenzebach. Er ist Vertriebsvorstand der V-Bank AG. Einen schönen guten Tag nach München. Guten Tag Herr Freinig, hallo. Ja, zunächst mal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Herr Grenzebach, was waren denn die entscheidenden Faktoren für diesen Erfolg? Ja, vielen Dank Herr Freinig. Es hat uns natürlich riesig gefreut, und wenn Sie mich nach den Faktoren fragen, kann ich ganz klar sagen, wir denken, es liegt an unserem Setup, dieses mittelständische Setup, das tut uns gut. Wir leiden nicht unter Konzernstrukturen. Das heißt, wir werden dieses Thema der unabhängigen Vermögensverwalter nie als Abfallprodukt oder als Mitnahmegeschäft behandeln, sondern wir haben uns voll auf dieses Kerngeschäft fokussiert. Wir haben kein anderes Geschäftsmodell, also können wir es auch nicht überdenken. Und diese Spezialisierung auf diese Nische, wenn man so will, die bringt kurze Entscheidungswege mit sich und aus meiner Sicht auch Handlungsfähigkeit, wie jetzt aktuell in der Pandemie. Das halten uns die Vermögensverwalter zugute. Sie sehen schnelle Kontoeröffnungen, auch in solchen Phasen. Auch das tut uns gut. Und was mich am meisten gefreut hat, das kann ich ganz klar sagen, ist, dass Vermögensverwalter wertschätzen, dass wir innovativ sind, dass wir uns nicht auf unsere Kerndienstleistung versteifen, sondern versuchen, einen Full-Service-Anbieter darzustellen. Da haben wir in den letzten Jahren viel Herzblut reingesteckt. Uns war wichtig, dort mehr zu sein als nur eine Depotbank. Und es freut mich, dass das Früchte getragen hat. Innovation ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn Sie versuchen sicher, wie ich weiß, auch immer ein Stück weit neu zu erfinden. Und eine wichtige Rolle dabei spielt sicherlich der neue digitale Marktplatz V-Check. V-Check. Wie bewerten Sie denn V-Check in der Gesamtbetrachtung? Ich denke, es hat mit reingespielt, Herr Franek. Es war für uns ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Wir haben ja nicht zum ersten Mal dieses Thema diskutiert im Haus, sondern V-Check ist ein bisher analoges Thema gewesen, das wir eher mit Printmedien gespielt haben über viele, viele Jahre. Wir haben über die digitale VV, wenn man so will, jetzt eine Lösung geschafft, diese Printmedien-Geschichte in das neue Zeitalter zu überführen. Wir haben in der Vergangenheit 60.000 Kunden vermittelt, Interessenten vermittelt an Vermögensverwalter. Daraus sind 6.000 Kunden entstanden, also eine echte Erfolgsstory. Und wir sind uns sicher, dass man die nächsten Jahre auch auf das digitale Pferd setzen sollte als Vermögensverwalter. Und da wollen wir die Infrastruktur dafür bieten. Also insofern glaube ich, dass Vermögensverwalter es wertschätzen, dass wir uns an deren Neugeschäft beteiligen und alles dafür tun, Kunden zum Vermögensverwalter zu bringen. Nicht nur als reine Wohltat, sondern natürlich auch aus einem gewissen Eigennutz. Das sind dann in der Regel dann auch unsere Kunden. Und insofern ist das für uns ein bahnbrechendes Projekt gewesen mit hohen Investitionskosten. Uns war aber wichtig, hier Wort zu halten und das Projekt zu Ende zu führen. Und wir haben 2019 dann den Live-Gang bestritten im Dezember und sammeln jetzt unsere ersten Erfahrungen in der digitalen Welt und sind uns sicher, auf Sicht von 4, 5 Jahren wird es große Früchte tragen. Ist denn Digitalisierung, was ja nun wirklich in jedem Munde und jeder Munde ist, Herr Grenzebach, ist Digitalisierung der alleinige Zukunftstrend in der Vermögensverwaltung? Hoffentlich nicht, Herr Franig. Aus meiner Sicht muss es ein hybrider Weg sein. Sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in der Depotbank für Vermögensverwalter. Was meine ich damit? Der Vermögensverwalter hat seine Top-Kunden und seine große Kompetenz ist die Betreuung dieser Top-Kunden. Und ich glaube nicht, dass er diesen Weg digitalisieren oder standardisieren kann, sondern das wird auch weiterhin ein sehr individueller Weg bleiben. Gleichzeitig können wir ihm eine Lösung bieten, seine kleineren Kunden, die er vielleicht in der Vergangenheit wegschicken musste oder nicht effizient betreuen konnte, über eine digitale oder standardisierte Lösung bei uns zu führen und damit Freiräume zu schaffen, neue Kunden zu gewinnen. Und das ist aus meiner Sicht der Weg in der Vermögensverwaltung. Ich denke, der Vermögensverwaltung kommt nicht mehr umher, auch eine digitale Visitenkarte zu hinterlassen in Zukunft. Und wir als Vermögensverwaltung oder als Depotbank für Vermögensverwaltung kommen nicht umher, beide Wege anzubieten. Das heißt, wir wollen Digitalisierung dort einsetzen, wo sie klare Skalierungs- oder Geschwindigkeitsvorteile bietet. Wir werden aber nie davon weggehen, den persönlichen Ansprechpartner in der Depotbank, in der Nachfolgebetreuung, im Handel in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir werden auf beiden Schienen unterwegs sein. Wir werden digitale Lösungen bieten. Das kann die digitale Kontoeröffnung sein, die Papierlose. Das kann die digitale Vermögensverwaltung sein, über die wir schon gesprochen haben. Und es kann natürlich auch das digitale Steuerreporting sein, im betrieblichen und im Fremdwährungsbereich. Nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden kann, Herr Grenzebach. Wo sehen die Vermögensverwalter und vielleicht ja auch Sie selbst denn noch weiteres Verbesserungspotenzial? Ich habe befürchtet, dass Sie diese Frage stellen, Herr Frannig. Aber ganz im Ernst, da waren wenig Überraschungen dabei. Wir machen jährlich ja auch eine eigene Kundenbefragung. Und ich kann sagen, dass das Ergebnis dieser internen Kundenbefragung, da befragen wir in der Regel über 100 Vermögensverwalter, fast nicht abgewichen ist von dem Ergebnis des Private Banker Magazins. Das spricht für die Repräsentativität dieser Umfrage. Die Dinge, die uns dort genannt waren oder worden sind, sind die gleichen. Wir haben Verbesserungspotenzial in unseren Frontends, sowohl im Beraterfrontend als auch im Online-Banking. Und wir haben ein Reporting, das man sicherlich ein Stück weit noch optimieren kann. Das sind Dinge, die sind uns bewusst und daran arbeiten wir. Gutes Stichwort. Wie werden Sie diese Wünsche und Anregungen der Vermögensverwalter dann jetzt aufgreifen und vor allem umsetzen? Ja, da gibt es Dinge, die haben wir schon getan oder schon auf den Weg gebracht. Ich kann da vielleicht zuerst mal unsere Order-Schnittstellen nennen. Wir wollen einen Weg schaffen für die Vermögensverwalter, dass sie direkt aus ihren Portfolio-Management-Systemen heraus ordern können, damit unser Frontend nicht mehr zwingend benötigen. Das ist ein Weg, der kurz vor Umsetzung ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres bereits Order-Schnittstellen aus PS Plus und aus Infront ehemals VWD bieten können. Weitere Portfolio-Management-Systeme werden wir dann direkt anschließend anbinden und damit schon mal eine erste Lösung bieten. Das zweite ist auf der Kundenseite, auf der Endkundenseite. Dort werden wir mit einer App rauskommen, noch im ersten Quartal. Diese App hat den großen Vorteil, dass sie im zweiten Schritt, dann in der zweiten Ausbaustufe sogar eine White-Label-App sein wird. Das heißt, auf den Namen des Vermögensverwalters tituliert ist. Insofern schaffen wir da also auch sehr schnelle Lösungen. Zugegebenermaßen ein bisschen länger brauchen wir dann mit dem Thema Reporting. Das ist komplexer, aber auch hier sind wir gewillt, deutliche Veränderungen nach vorne zu bringen. Wir müssen nur Herr und über unsere eigenen Daten werden und dafür brauchen wir unseren IT-Dienstleister. Und mit so einem Projekt muss man einfach mal von 12 bis 18 Monaten ausgehen. Aber auch dann werden wir ein State-of-the-Art-Reporting haben, so wie es sich unsere Vermögensverwalter wünschen. Also, es bleibt noch viel zu tun. Das ist auch gut so, würde ich mal so formulieren am Ende dieses Gesprächs. Fakt ist, die V-Bank ist 2020 die beste Depotbank Deutschlands. Florian Grenzebach, alles Gute für Sie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Franek. Vielen Dank.